Herzlich willkommen bei Indiefern. Kennt ihr das Problem, dass ihr euch in euren Wanderschuhen und Wanderstiefeln immer blasen wollt? Bei mir war das früher auch so, jetzt nicht mehr. Ich habe nämlich einfach richtig lange gesucht nach Schuhen und Stiefeln, bei denen ich diese Probleme nicht mehr habe. Und welche das sind, was meine Top-3-Empfehlungen für Wanderschuhe, Wanderstiefel und Trailrunning-Schuhe sind, das in diesem Video. Ich liebe Wandern und zwar fahre ich mit meinem selbst ausgebauten Minicamper fast ausschließlich auf Wandertouren. Also wenn ich unterwegs bin, geht es wandern und dementsprechend lange habe ich nach Equipment gesucht, das für mich funktioniert. Ich hatte bei den Schuhen immer ähnliche Probleme. Entweder waren die Füße zu schwitzig oder es war nicht wasserdicht. Es gab nicht genug Platz, es hat mir Blasen gelaufen. Wenn ihr wissen wollt, welche Basics ich nutze, welche ich empfehlen würde, welche ich auch sortiert habe, dann bleibt einfach dran, dann ist das Video nämlich für euch. Kleiner Hinweis, es handelt sich um eine Videoserie, eine ganze Reihe und das ist ein Teil davon, in dem es wirklich nur um die Schuhe geht. Wenn euch die anderen Teile interessieren, werde ich sie euch entweder am Ende des Videos oder im Laufe des Videos hier irgendwo verlinken oder in der Infobox und ihr findet sie auf jeden Fall später auf dem Kanal, sobald sie produziert sind. Also ich komme mittlerweile mit drei Paaren hin. Mit drei Paaren ist alles abgedeckt, jeder Einsatzzweck, jede Wetterlage, mehr brauche ich nicht. Ich stelle euch jetzt jedes Paar einzeln vor, ich sage ein bisschen was zu den wichtigsten Eckdaten, zu den Schuhen, zu meinen persönlichen Erfahrungen mit dem Modell und auch was zu den Preisen und vielleicht zur Marke oder zur Firma, wenn es da irgendwie was interessantes gibt. Ich mache keine mehrtägigen Wanderungen bisher, sondern wenn überhaupt so komplette ganze Tage und dann aber alles auch also zwischen wenigen Kilometern, fünf Kilometer bis 20 Kilometer, das ist so die Spanne. Und dann alle Untergründe, also selten im alpinen Gelände, aber von den Untergründen ist es wirklich alles. Ihr werdet sehen, dass sich bei allen Schuhen ein Muster durchzieht und zwar handelt es sich vorrangig um Trailrunning Schuhe, bis auf das eine letzte Paar. Das sind wirkliche Wanderstiefel, aber ich weiß nicht warum, aber die klassischen Wanderschuhe, die taugen einfach für meine Zwecke irgendwie nichts. Ich bin bei den Trailrunning Schuhen hängen geblieben und bin damit so dermaßen zufrieden. Nutze alle Paare auch gleichmäßig, regelmäßig, je nach Einsatzzweck. Also gibt es keins, dass ich jetzt besser oder schlechter finde, sondern alle gleich gut. Fangen wir mal ganz vorne an. Und zwar hatte ich im Sommer immer das Problem, wenn ich wandern war und es ging auf Strecken, die länger waren als fünf Kilometer, dass ich mir immer Blasen gelaufen habe. Und wenn die Schuhe irgendwie wasserdicht waren oder Wanderstiefel, dann gab es immer auch schwitzige Füße und die waren nicht wirklich wasserdicht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das irgendwie eh nicht funktioniert, dass du einerseits wasserabweisende Schuhe haben willst, aber auch nicht schwitzige Füße und auch keine Blasen und so, das bedingt sich alles gegenseitig beim Fußklima. Dann habe ich gedacht, dann machen wir es doch einfach so im Sommer, dass ich mir Schuhe hole, die ganz bewusst nicht wasserabweisend sind, die aber dafür dann schneller trocknen können und auch nicht so lange nass und feucht bleiben und so, dass wenn ich schwitze in den Schuhen oder die Füße ein bisschen anschwellen, dass die Flüssigkeit der Schweiß halt auch nach außen getragen werden kann. Und da benutze ich das Modell von Ultra, Ultra Running Lone Peak 4.5. Mittlerweile gibt es auch Lone Peak 5. Und ja, die sind so, also sind sehr niedrig geschnitten, haben hier oben ein Mesh-Material. Das haben eigentlich die meisten Schuhe, die ich benutze, weil irgendwie hat sich für mich, für mich hat sich das bewährt, wenn es irgendwie die Oberfläche auf dem Schuh, das Obermaterial atmungsaktiv ist. Und ansonsten haben sie ein sehr markantes Profil und man sieht auch schon, erstens, die hatten hier ist natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen abgelaufen, aber die haben hier fast Stollen, so dass man auch auf matschigen Untergründen noch genügend Halt findet. Und die sind ein bisschen breiter extra hier vorne. Und zwar ist das bei manchen Füßen so, dass sie dann links und rechts, entweder am dicken Zeh und am kleinen Zeh, sich da dann die Blasen laufen oder wund laufen oder irgendwie die Zehe zu dolle aneinander schubbern und zusammengedrückt werden. Vor allem, wenn man länger läuft und die gut durchblutet sind. Und das war bei mir halt der Fall. Bei denen habe ich genügend Platz, da drin ist Luft, die Sohle ist sehr bequem. Ja, und da war dann halt immer noch genügend Raum, dass wenn die Füße anschwellen, dass sie sich dann ausbreiten können. Ja, die sind sehr, sehr leicht, also wirklich, ich würde sagen, noch leichter als meine normalen Sportschuhe, die ich auch ab und zu mal genommen habe, aber die waren auch nicht wirklich so atmungsaktiv wie diese. Die sind halt sehr luftdurchlässig. Und genau, wenn es dann halt mal feucht wird, also hier am Rand, man sieht ja auch, die halten die Grundflüssigkeit ab und so, das ist jetzt kein Problem. Aber wenn es jetzt mal wirklich durch krasse Pfützen gehen würde oder es sehr doll regnen würde, dann würden die Füße bewusst nass werden, aber eben auch viel, viel schneller trocknen. Ich habe das Modell daraufhin Freunden oder Freundinnen, die das gleiche Problem hatten, mit den Blasen und den rundgelaufenen Stellen empfohlen. Die haben sich die auch geholt und sind mega zufrieden. Alle durchweg tragen die mittlerweile sogar häufig im Alltag. Das mache ich auch manchmal. Einfach so, wenn ich irgendwo rumrenne, sollte man es nicht machen, damit die Stollen sich nicht so ablaufen auf dem Asphalt und so. Aber die sind halt einfach generell bequem und die passen halt zu vielen Sachen und man sieht nicht sofort aus wie kompletten Wandermontur. Vorher habe ich ausprobiert klassische Wanderstiefel aus Leder. Dann habe ich welche aus einem Mix aus Funktionsmaterial probiert, sowohl wasserdicht als auch nicht wasserdicht, unter anderem von Decathlon. Dann habe ich gedacht, ich nehme einfach normale Sportschuhe, habe da verschiedene Paare probiert, Laufschuhe, ganz normale Schuhe, auch mit einem gewissen Profil in der Sohle. Am bequemsten waren wirklich noch sehr ausgelatschte Leder-Wanderstiefel. Die habe ich lange benutzt, aber die waren irgendwann dann auch hin und natürlich, wenn es regnet und auch wenn es kühler ist oder so und die mal wirklich nass werden, das trocknet schlecht und die halten auch nicht wirklich warm. Aber bequem von allem waren sie die bequemsten und die restlichen Schuhe haben einfach nicht getaugt. Am tollsten war ich eigentlich von den Wanderstiefeln von Decathlon, weil das waren halt so auch so halbhohe Stiefelettenhöhe Wanderschuhe und das war einfach so eine schlechte Erfahrung. Da gab es dann irgendwie schon weit unter fünf Kilometer Blasen und ständig schwitzige Füße und so. Ich hatte das Gefühl, die haben irgendwie für keinen wirklichen Einsatzzweck irgendeinen Vorteil gebracht. Da haben wir uns aber preislich auch in anderen Gefilden bewegt. Also das waren Schuhe, die nicht teurer waren, jeweils als 70, 80 Euro. Und für all diese Paare hier habe ich mehr ausgegeben. Ich habe am Anfang immer gedacht, das lohnt sich nicht und so viel Geld muss man für Schuhe nicht ausgeben. Vielleicht ist es doch anders. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr Modelle kennt, die unter 100 Euro wirklich gute Qualität sind. Ob ihr da gute Erfahrungen mit habt, auch für längere Strecken. Und wenn ja, für welchen Einsatzzweck benutzt ihr die und so. Ich schreibe das mit dazu gerne. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Diese Altwas, man sieht es auch schon, dass sie halt sehr abgenudelt sind hier mittlerweile. Ich benutze die seit, boah, ich weiß nicht wieviel Jahren. Ich glaube seit fünf Jahren oder so und wirklich häufig. Ich habe die übrigens, das ist auch so ein Ding, was man beachten kann, wenn man sich Schuhe kauft, dass man bei Wanderschuhen auf jeden Fall eine Nummer größer nimmt und dann noch berücksichtigt, je nachdem welche Marke man kauft, wie die ausfallen. Zum Beispiel bei denen hier, ich habe normale, meine normale Schuhgröße ist 41,5 und ich habe jetzt bei denen hier eine 42 genommen. Also das ist für mich perfekt, weil die Altwas ein bisschen größer ausfallen und die ja sowieso viel Platz haben. Das heißt, ich kann die auch mit dickeren Socken mal nutzen. Genau, das einfach mit berücksichtigen. Wie ist die, wie fällt die, wie fällt das Modell aus und für Wanderschuhe, Wanderstiefel generell immer eine Nummer größer einplanen, weil die Schuhe die Füße halt anschwellen. Preislich bewegen die sich. Ich glaube der Normalpreis sind 140 Euro, aber man findet die oft auch günstiger. Also ich habe das günstigste, wofür ich die gesehen habe, waren so 60, 70 Euro. Müsst ihr mal gucken bei Idealo. Ich verlinke euch alle Main-Webseiten oder alle Modelle auch in der Infobox. Ich kriege für keine dieser Infos irgendwas für diese Empfehlung. Das ist einfach mein persönlicher Geschmack und meine Hoffnung, irgendwem da draußen ein Problem hat, noch eine Lösung zu bieten. So, Altra Running gibt es seit 2009. Die haben unfassbar viele Editors' Choice Awards von Läufern und Läufermagazinen gewonnen. Altra gilt unter anderem als Trailrunning-Spezialist. Und diese Schuhe werden gerne, natürlich auch die anderen Modelle, von Langstreckenwanderern genutzt. USA. Habe ich das schon gesagt? Daher kommen die. Beim zweiten Paar handelt es sich um ein Modell, das ich meistens nutze, wenn es regnet oder der Boden sehr, sehr matschig ist. Oder ich weiß, es könnte extrem rutschig werden oder es gibt krass viele Steigungen und unebenes Terrain. Oder es ist halt ein bisschen kälter. Das sind wasserdichte Schuhe. Also erstmal, das sind die Salomon GTX Speed Cross. Ich glaube 5. GTX steht für Gore-Tex. Also die sind wasserdicht, wasserabweisend. In denen habe ich das sogar so gemacht, weil diese Salomon kleiner ausfallen. Da sagt man eh, nimm eine Größe kleiner, äh größer. Habe ich die in 42, zwei Drittel genommen. Besser wäre 42,5 gewesen. Aber durch diese, dieses minimale, durch den minimalen Spielraum, hier war wie gesagt, normalerweise 41,5, war 41,5. Kann man hier auch noch andere Einlagen reinlegen, je nachdem was man so braucht, halt so Anti-Schwitzeinlagen im Sommer oder wärmende Thermoeinlagen im Winter. Und man kann bei allen Paaren, die ich heute vorstelle, die Sohle auch rausnehmen und seine eigene, wenn man jetzt orthopädische benutzt oder so, stattdessen reintun. Auch da besonderer Untergrund, also besonderes Profil sozusagen, richtig schön dicke Stollen, dass man im Matsch, im Regen nicht ausrutscht und Halt hat. Dann die ganzen Seiten sind so weit gummiert und mit festem Material verschlossen, dass hier auf jeden Fall, wenn man auch durch Pfützen läuft oder nasse Wiesen oder so, dass da nichts durchkommt. Und hier ist es ungewöhnlich, aber sehr bequem und natürlich auch funktional. Hier gibt es neben diesem Mesh-Material noch so eine Art Neo, also wie von einem Neoprenanzug-Material. Hier oben ein bisschen dünner und ganz flexibel und hier unten ein bisschen dicker an der Zunge, ein bisschen Mesh-Material noch oben drauf. Es schützt irgendwie vor Wasser und auch davor, dass es kalt wird. Also man kriegt auch keine schwitzigen Füße da drin. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und was ganz besonders ist, was ich sehr, sehr mag, ist der Verschluss. Das heißt, man geht hier rein, macht sich die, halt auf die Größe, die man möchte, zieht sich das so zu, kann natürlich hier auch zuziehen. Das ist ganz dünn, aber sehr stabil. Und dann hat man hier oben, das ist auch angenehm, das mit dem Finger anzufassen, das so ein bisschen gummiert. Und dann zieht man sich das, dieses Ding hier, einfach bis nach unten, so eng, wie man das haben möchte. Und dann kann man das, ich glaube, man könnte es hier auch durch die Lasche stecken. Vielleicht ist die sogar dafür vorgesehen oder so. Ich mache das immer anders. Ich stecke das hier unten durch das letzte Bändchen, weil dann habe ich es nicht so schwer, das nachher wieder rauszuholen. Dadurch, dass das alles hier so smooth miteinander, ich glaube, das ist verschweißt worden, gibt es halt keine nervigen Nähte. Also von innen spürt man so gut wie gar nichts. Es gibt natürlich auch hier noch eine Innennaht und so, aber alles, was hier vorne am Fuß ist, fühlt sich ganz, ganz eben glatt und gleichmäßig an, sodass man nicht irgendwie drückende, wundgescheuerte Stellen hat. Auch hier kriegt man keine Blasen, auch keine schwitzigen Füße, hatte ich schon gesagt. Je nachdem, wann ich die nutze, ob jetzt bei wärmerem Wetter oder kälterem Wetter, nutze ich andere Socken. Aber um Socken geht es in einem der nächsten Videos, dazu kann ich genau stundenlang erzählen. Dann ist mir aufgefallen, dadurch, dass hier das Material komplett zu ist und hier drunter erst die Zunge verläuft, können keine, kann kein Steinchen oder irgendwie Pflanzenreste oder so hier durch diese Zwischenräume gehen. Das ist auch bei den Ultras irgendwie so, dass vorne dieser, der Teil sehr weit nach oben geht. Hier geht es natürlich noch weiter, ganz nach oben und das ist so nervig bei vielen anderen Schuhen, die ich habe. Und hier musst du dann nicht irgendwie immer die Reste rauspflücken. Die Sohle, also wenn man auf diesen Schuhen läuft oder so, habe ich das Gefühl, das ist eine Ortho Light, heißt die Technologie, Sohle. Und es ist sehr gut gefedert, ist auch ein extrem leichter Schuh und ich würde sagen, im Vergleich zu vielen anderen Wanderstiefeln und Wanderschuhen, die ich getestet habe, dadurch, dass sie leicht sind und so gut gepolstert, so gut gefedert, kriege ich, ich neige dazu einfach schnell dann irgendwie Schmerzen im Knie oder in der Hüfte zu kriegen. Wenn die Sohle nicht gut ist oder wenn der Schuh zusätzlich zu schwer ist und ich damit nicht richtig laufen kann oder so, habe ich mit denen nie gehabt. Was auch cool ist, man hat ein bisschen mehr Halt, dadurch, dass es hier auch sehr verstärkt ist, ist das nicht ganz so flexibel wie zum Beispiel bei diesen Sommerschuhen hier, diesen Ultras. Und man knickt auch, wenn man mal einen steilen Anstieg oder Abstieg hat, nicht einfach um, selbst wenn der Boden uneben ist. Natürlich bieten die nicht den gleichen Halt, wie wenn ein Schuh höher geht über den Knöchel, aber ja, sind auch nicht so super flexibel, sondern unterstützen schon. Und schützen vor allem vor Steinen und Geröll, wenn man irgendwo langläuft, dass die nicht hier links und rechts einschneiden. Also klar, hier ist natürlich Soft obendrauf, aber hier am Rand, gerade da, wo man mal gegenhaut, das ist so fest, da verletzt man sich jetzt nicht. Neupreis ist bei den Schuhen 160 Euro, das ist eine Stange Geld, aber die gibt es auf jeden Fall auch für um die 100, 110 Euro regelmäßig, müsste man gucken. Und dann am besten nicht verwechseln, es gibt verschiedene Modelle, die sehr ähnlich aussehen. Es gibt die Speedcross und es gibt die Supercross, das klingt ja sowieso schon mal ähnlich. Die, die ich habe, sind die Speedcross und das ist auch das Modell, mit dem sehr viele Leute da draußen sehr zufrieden sind, wie ich höre. Dann noch zur Marke. Salomon wurde 1947 als französisches Familienunternehmen gegründet. Mittlerweile gehören die zu so einer finnischen Unternehmensgruppe und Funfact zwischendurch gehörten die mal von 1997 bis 2005 zu Adidas. Was als Marke noch zu denen gehört, ist unter anderem Arcteryx. Ich weiß nicht, das kennen vielleicht auch viele, speziell von den Jacken auch so, das ist auch so ein Winter-Outdoor-Ausrüster. Zwei Drittel des Videos haben wir jetzt schon hinter uns. Wenn ihr solche Videos hilfreich findet, dann freuen wir uns immer über einen Daumen nach oben. Ansonsten, manche von euch sind ja sogar so lieb und großzügig und geben uns einen Kaffee aus bei Kofi. Link findet ihr in der Infobox. Auf euch trinken wir. Vielen lieben Dank, aber wir freuen uns auch so über jede Form der Unterstützung. So, weiter geht's. Der letzte Schuh. Jetzt hatten wir zwei Paar Trailrunning-Schuhe und das hier sind die einzigen eigentlichen Wanderschuhe, beziehungsweise Wanderstiefel. Und zwar von Salewa, die Alptrainer mit GTX. Also GTX, kennt ihr schon von gerade. Gore-Tex sind wasserabweisend, wasserdicht. Und die sind wirklich für Wandern im Schnee oder auf dem Berg oder alpines Gelände. So und oder. Also wirklich alles, wo ihr Gelände habt, wo es irgendwie viel Geröll gibt oder wo es einen extrem steilen Anstieg gibt. Oder wo ihr ganz viel Halt braucht, auch über den Knöchel und was weiß ich, zum Beispiel wegen Meergepäck oder was. Hier unten ist eigentlich ähnlich wie bei den Speedcross alles nochmal sehr verdickt und befestigt und gummiert. Ich würde sagen sogar nochmal ein bisschen robuster als bei den Salomon. Also es ist wirklich sehr, sehr dichtes, dickes Material auch. Hier vorne, das ist wirklich eine massive Kappe. Und hier, das kleine Stück ist Wildleder, aber auch atmungsaktiv mit ein paar Löchern drin. Dann ist das Ganze kombiniert hier mit so einem Mesh. Also wieder sehr luftdurchlässig und auch ein Schuh, bei dem man nicht schwitzt, bei dem man jetzt keine Schweißfüße kriegt, wo gut der Schweiß nach außen abgeführt wird. Was ich auch mag, ist halt diese Schnürung hier, dass man halt von hier unten an, man kann wirklich von vorne an schnüren. Und das ist auch sehr besonders, wenn man hier auf den Schuh guckt, sieht man auch nicht, auch nicht bei vielen Bergwanderschuhen, dass man bis zu den Zehen eigentlich die Weite hier gut einstellen kann. Also wo man Platz braucht oder Festigkeit braucht. Und dann hier oben, diese Ösen, die helfen natürlich auch nochmal, dass man wirklich mit Kraft, die sind, ich glaube, die sind sogar richtig aus Metall, ja, dass man einmal nochmal kräftig schnüren kann, dass man hier oben alles wirklich fest zu hat und nicht umknickt, wenn man auf dem Berg unterwegs ist. Hier hinten haben wir wieder, wie bei diesen Salomon, dieses Neoprenmaterial, das macht es ganz, ganz weich hinten auch, hier auch nochmal am Fuß, weil das Problem hat man auch schnell, dass wenn das hier zu hart ist, das Material, dass man sich da auch schnell irgendwie die Stellen wundscheuert und so weiter. Das ist wasserabweisend und ganz weich und hier durch diese Lasche hat man an der Ferse jetzt auch nicht irgendwie diese schöne Blase an der Ferse und dann so scheuer stellen. Die Salever sind auch übrigens welche, die eine hundertprozentige No-Blasen-Garantie haben, also könnt ihr sonst den Schuh zurückgeben, wenn ihr doch welche habt. Vibramsohle, also fangen halt Stöße gut ab und so. Das Profil seht ihr hier einmal, das ist nicht so dramatisch wie bei den anderen Schuhen, aber es ist ja auch kein Trailrunning-Schuh und man ist ein bisschen langsamer unterwegs. Aber die sind trotzdem jetzt nicht so ultra steif, die Sohlen, also man kann die noch ein bisschen bewegen. Also es gibt ausreichend Schutz, aber so ein bisschen Flexibilität kriegt man mit denen auch noch hin. Auch hier kann man die Innensohle wieder rausnehmen und wechseln und man kann auch zusätzlich, je nachdem in welcher Größe man die kauft, kann man zusätzlich wieder Einlagen reinlegen oder nochmal dickere Wintersocken anziehen oder dünnere. Besonderheit bei diesem Schuh, man könnte ja denken, wenn es jetzt so ein Bergschuh ist und für Schnee geeignet und so, der ist nicht speziell für den Winter. Das ist ein Schuh, den man auch bei warmen Temperaturen anziehen kann, das heißt so eine Art Allrounder. Also ich glaube, vielleicht bei minus 20 Grad oder so wird es dann vielleicht auch schwierig oder wenn man eigentlich einen höheren Schneeschuh bräuchte, wenn man höhere Schneemassen hat, durch die man durch will. Aber wir hatten den bei minus 13,5 Grad auch 40 Zentimeter Schnee, klar kann sein, dass dann hier oben, je nachdem wo man durchläuft, ein bisschen Schnee noch reinkommt und so. Aber auch für dieses Wetter hält der warm und gleichzeitig macht es den Fuß auch nicht schwitzig, wenn man den mal anhat, wenn es ein bisschen wärmer ist. Aber trotzdem bevorzuge ich da die ganz leichten, weil die haben schon von allen so das größte Eigengewicht, sind jetzt auch nicht so richtig schwer wie so ein echter Bergschuh aus Leder, Komplettleder oder so. Das kann man jetzt auch nicht vergleichen, trotzdem schwerer und dann ziehe ich, wenn es warm ist, auch gerne mal was leichteres an. Aber man kann theoretisch das ganze Jahr die auf den Berg anziehen. Also ihr seht auch, der Schuh ist nicht gefüttert, also ich hatte aber trotzdem noch nie kalte Füße hier drin. Und ansonsten gilt das meiste, das gleiche wie bei den Salomon, alles hier Dämpfung gegen Geröll, gegen scharfe Kanten und so, dass man keine Schmerzen bekommt, wenn man lange da drin läuft, sowohl hier Hüfte als auch Knie, weil die Sohle gut abdämpft und dick genug ist. Ein Schuh von diesen Salomon wiegt 540 Gramm, also das ist wirklich mit Abstand hier das Schwerste, das ist jetzt noch nicht ultra schwer, also echt immer an der Schuhe, an der Stiefel, wiegen etwas mehr. Aber generell, wenn man jetzt sagt, man will so einen Allrounder haben und nicht für kaltes Wetter nochmal Stiefel, für wärmeres Wetter nochmal Stiefel, würde ich sagen, ist das ziemlich idiotensicher. Ja, zur Größe kann ich noch was sagen, ich habe die hier in 42,5 genommen, also eine Nummer größer als die, die ich normalerweise benutze. Und ich würde sagen, das ist auch von allen Schuhen, die ich besitze, der Schuh, der am engsten sitzt. Ich glaube, ich habe sogar die Herrengröße genommen, also da haben die ja sowieso immer mal ein bisschen Spielraum, weiß ich jetzt aber nicht mehr. Aber das kann man auch manchmal einfach machen, sich zumindest durchprobieren, ob nicht auch eine Herrengröße vielleicht vom Platz, den man braucht, gerade wenn man eine große Frau ist zum Beispiel. Neu kosten die Dinger 190 Euro, also ich glaube, das ist für Wanderstiefel in einem ziemlich normalen Rahmen. Man findet die auch schon wieder deutlich günstiger, 140 Euro, 150 Euro, durchaus. Die Firma Salewa, das ist eine deutsch-italienische Firma, die wurden 1935 in München gegründet, sind dann 1990, glaube ich, umgezogen nach Südtirol und sitzen da jetzt. Aber ja, deutsch-italienisch, man sagt immer, deutsche Technologie, italienisches Design, weiß jetzt nicht. Also in Deutschland verkaufen die auch eher die traurigen Farben und dann in Italien ein bisschen spritziger. Mich würde mal interessieren, habt ihr mit irgendwelcher dieser Marken hier Erfahrungen? Was sind eure Erfahrungen? Habt ihr noch irgendwelche coolen Tipps für Wanderschuhe, Wanderstiefel? Wie sehen eure Erfahrungen mit Trailrunning-Schuhen aus? In dem Bereich nutzt ihr das? Macht ihr das manchmal? Man muss ja nicht nur zum Rennen benutzen. Aber es würde mich sehr interessieren, welche Erfahrungen ihr im Bereich Schuhe zum Wanderen gemacht habt. Wenn ihr da noch coole Tipps habt, in die Kommentare. Das nächste Mal, also in irgendeinem der anderen Wanderequipment-Videos, wird es um Socken gehen. Und dann noch um was Besonderes. Ich hatte euch ja gesagt, dass diese Schuhe hier nicht wasserdicht sind. Aber man kann, es gibt einen Tipp, den ich rausgefunden habe. Den verrate ich euch in diesem Socken-Video auch. Etwas, was man zusätzlich anziehen kann, damit man hier drin, wenn man hier drin nasse Füße bekommt, aber warme Füße behält und nicht auskühlt. So, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt den Kanal und aktiviert das Glöckchen. Dann werdet ihr informiert, wenn das online geht und verpasst es auf gar keinen Fall. Dann würde ich sagen, wenn ihr bis dahin nicht warten könnt und euch weiter über Equipment informieren wollt, verlinken wir euch hier oben mal das Video zu den 10 Dingen, die ich immer im Minicamper mit dabei habe. Und hier unten das Equipment-Fails-Video, also die Sachen, die die Leute als erstes aus ihrem Camper rausgeschmissen haben. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.